und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge assassin's creed valhalla so was machen wir heute ich würde gerne hier bei der seherin weitermachen und ja mal schauen was bei der jetzt passiert da haben wir eine quest offen ansonsten haben wir seit der letzten folge habe ich halt ein bisschen offscreen gezockt hatten ja so paar nebenmissionen gemacht also schätze eingesammelt rätsel gelöst artefakte eingesammelt und sind eh schon das gebiet habe ich so ein bisschen abgeschlossen ich habe aber noch nicht in der haupt story weitergemacht also ich habe nur ja hier so schätze geholt und sowas also nichts weltbewegendes aber heute machen wir mit der quest weiter in die welt der träume walker braucht einen platz zum arbeiten damit sie evo helfen kann die welt der träume zu bereisen koste von dem trank genau das werden wir heute machen und dann schauen wir was passiert was bild macht gerät an servus leute und wenn euch die folge gefällt lass mir doch ruhig ein like kommentar oder auch abo da alles gern gesehen genau schauen wir was uns zu erzählen hat können dann noch mal äh falscher knopf und bin aktuell level 102 und hier sieht auch so ein bisschen die skillung ich koste von dem trank genau empfohlene stärke 90 die haben wir und ja kosten mal wau wau Was ist das? Heimsalzturm. Die Fessel bricht, die Bestie rennt. Und ich? Welche Rolle spiele ich? Dann folgt das zweite große Leid, wenn Havi sich dem Wolf im Kampfe stellt. Und Opfer Fenris wird. Und Opfer Fenris wird. Da, ihr habt es gesagt. Ihr habt mein Tod vorhergesagt. Ich werde sterben. Wir sagen, was wir sehen. Wir kennen dein Los. Dein Schicksal. Hast du genug erfahren, Havi? Äh, die Vorsicht hat uns fest im Griff. Das Schicksal kann verändert werden. Das Leben ist, was man draus macht. Boah. Ihr drei webt ein Tuch aus unseren Schicksalsfäden. Doch ein Faden kann sich lösen, wenn er sich verfängt oder reißt. Nicht alles ist vorhersehbar. Doch lose Fäden können erneut verwoben werden. Letztendlich bleibt das Gesamtbild immer erhalten. Ich bin keine Seite, die gezupft oder gebunden wird. Ich bin der Erhabene. Der Herr der Ekstase. Der Feind des Wolfs. Ich bin ewig. Rätselhafte Worte vernebeln nur mein Geist. Ein Sturm brot sich zusammen. Nicht in den Wolken, sondern in Midgard. Naht nun unsere letzte Schlacht. Ist das der Beginn von Ragnarök? Saga Ask hat gestartet. Das Schicksal des Erhabenen. Schaut das geil aus, Alter. Okay, hier scheint einiges zu tun zu sein. Sau cool. Okay, Leute. Wie ihr schon seht, ich habe auf Zweihänder wieder umgeswitcht. Finde ich auch ganz cool. Und macht richtigen Bums die Waffe. Boah, leck. Okay, da haben wir wieder richtig viel zu tun. Richtig große Karte, heftig. Asgard. Okay, wir sollen hier irgendwo hin. Blick von ganz oben. Schicksal des Erhabenen. Die Nordnyvanen vor einer düsteren Zukunft werden sich die Götter Asgard einer akuten Bedrohung stellen. Begib dich zur großen Halle. Okay, das machen wir doch. Aber hier werde ich die einfach runterkommen, oder? Was ist das hier? Teleportieren, ja, wohin? Keine Ahnung, ich drücke einfach mal. Aber nicht, dass ich jetzt komplett wieder zurückgehe. Okay. Ich habe keinen Plan, wo ich hier bin. Okay, wir haben jetzt hier runter teleportiert. Gibt es hier irgendwie Hinweise, dass das Teleportpunkte sind? Okay, wir machen einfach mal das Bitmark-Gerät an. Gut, dann schauen wir mal. Gibt es auf jeden Fall wieder einen Haufen Schätze zu uns, um sowas zu holen. 14 Meter. Breite deine Flügel aus. Okay, dann wird es da runtergehen. Ich bin gespannt, was es hier für Gegner und so gibt. Hier geht es ziemlich weit runter. Boah, hier sieht man aber auch gar nichts. Da oben. Ich bin gespannt, wie ich da hochkomme. Ich bin gespannt, wie ich da hochkomme. Was? Äh, jetzt ist es hier... Was ist denn jetzt hier? Kommt ihr da nicht hoch, oder was? Okay, so kommen wir nicht hoch. Dann wollen wir hier hochgehen. Ja, komm, geh hoch. Alter Schwede. Also können wir hier hochgehen. Nee. Ich bin hier jetzt. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ach, schwieriger Wut. Da ist die Kiste. Da liegen mir ist Tränenstein. Okay, sehr schön. Okay, mir scheint hier nichts zu sein, oder? Dann sagt er mir auch noch was. Ah, okay. Brief von Ivaldi Sohn. Vater, verliere nicht den Mut. Derweil du für einen undankbaren Herrn schuftest, geht das große Werk voran. Wir haben in größere Tiefen gegraben, als selbst Jallösel Schlangen je erreicht haben. Und wir hören noch lange nicht auf. Unser Volk wird im Schloss des Berges sicher sein, wenn der rußrote Hahn singt. Erdulde dein Los, wie du es sicher wirst. Es ist nur ein Kreuzlein im ewig fließenden Fluss der Zeit. Tränenstein. Ich weiß nicht, was man mit dem machen kann. Ob das wieder so eine Art Währung ist jetzt hier in der Traumwelt. Okay, hier ist nichts. 126, 149, 150. Könnten wirklich einmal direkt hier so rumgehen. Ah, schaut schon richtig cool aus. Was wird das hier sein soll? Das ist ja der Beef Forest oder was? Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt runterfallen oder nicht. Ah, man kann drüber gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier sind. Was ist das hier? Was siehst du? Ah, da drinne. Also, wie kommen wir da rein? Wir gehen einfach mal da runter. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier sind. Ich weiß gar nicht. Ah, das ist ja. Ich weiß gar nicht. Hier geht's. Ah, sehr schön. Ich will natürlich auch die Traumwelt hier auf 100% machen. Man muss halt schauen, ob da irgendwelche Schätze Quest abhängig sind oder nicht. Okay, hier scheint man wieder nicht reinzukommen. Ah doch, da brauchen wir so eine Urne wieder. Wo kriegen wir so eine Urne her? Da drüben. Kurz warten, bis das Feuer ausgegangen ist. Okay, 309 Meter in diese Richtung. Ich glaube, dass wir so hinten besser rumkommen. Wow. Ein Rentier. Okay. 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 Sehr schön. Genau, dann können wir gleich hier weitermachen und hier. Und da müssen wir eh eigentlich schon... Ja, ein bisschen weiter rüber, aber... kommen wir eh schon wieder in unsere Richtung von der Quest. Hilf mir. Sei in meine Augen. Okay. Okay, müssen wir ein Opfer da bieten? Das ist ein Opferaltar. Das ist ein Opferaltar. Aber was will der? 30 Mal hier mir Tränen... Okay, dann müssen wir sammeln. Äh, das können wir natürlich noch nicht machen. Zeig mir, was vor uns liegt. Okay, das ist ein Eingang. Ja, okay, die können wir ja sammeln. Das wird genau, schätze ich mal... Ja, das werden genau die ganzen Schätze sein, die wir da dann opfern müssen. Das ist doch eine Falle. Okay. Da wär noch was. Ich würde jetzt aber sagen, wir gehen jetzt zur Quest. Das machen wir dann später, wenn wir da unten hinkommen. schauen, wie lange wir hier beschäftigt sind in der Welt. Ein paar Folgen, glaube ich, könnten schon werden. Asgard. 64 Meter ist gar nicht so weit weg. ne? Das ist gar nicht so weit weg. Was ist das? Was ist das? Ey, da fällt man ganz schön tief. Da oben, okay. Kann ich aber nicht hochklettern, oder? Ah, dann muss ich hier hoch. Da muss ich unbedingt mal Nahrung suchen. Ich komme wieder hoch. Du Scheiße. Ah, okay. Ich sehe schon. Ich musste irgendwie auf den Baum hinten rauf. Ah, Scheiße. Okay. Das geht so nicht. Normal müsst ihr ja ins Wasser reinspringen können, oder? Du kannst dich nicht aus dem sicheren Tod herausprügeln. Willkommen zurück, Schilderschütter. Jo, äh, das war knapp. So, dann gehen wir hier hoch. Ist mir fast ins Auge gegangen. Okay. Ich komme auf den Baum wieder nicht rauf. Mein Güte. Na, warte mal. Ah, ich glaube, ich sehe was. Wer zerschmettert ist, der König der Jäger hat. Und er schlug Geiret, den Gigantischen mit einem glühenden Eisenstück. Ja, ja, schon gut. Und das war wirklich beachtlich. Doch die Vergangenheit steht fest. Es ist unsere Zukunft, die wir entscheiden müssen. Man entscheidet die Zukunft nicht. Man erwirkt sie. Weil ihr hier, ich werde diese Eindringlinge bis ans Ende, Asgard. Mal schauen, ob das jetzt klappt, was ich jetzt vorhabe. Mein Gott. Uh. Ja, und dann geht es auch mit der Hauptstory weiter. Gut, dann gehen wir zur Story. Das Tor. Bei Burish-Eiern. Wir sind Asier. Wir schleichen nicht herum wie Alben. Wir kämpfen. Und wir kämpfen auch. Für unsere Heimat. Für unser Volk. Doch nicht alle Probleme können mit dem Kopf eines Hammers gelöst werden. Nenn mir eines. Havi. Havi. Ich würde sie persönlich nach Jöthunheim führen. Eine Tor, natürlich. Ich brauche nur einen. Dichtor. Herr des Donners. Gemeinsam werden wir den Feind zerschmettern, bevor er zu kühn wird. Er wecke jeden Krieger, der Axt oder Hammer führen kann. Wir jagen Jöthnerköpfe. Der Rest von euch bleibt zurück, um die große Halle zu schützen. Er hat doch recht gehabt mit dem Bifrost. Waren andere Kreaturen unter den Jöthner? Drauger? Trolle oder Wölfe? Was beunruhigt dich, Havi? Hat dir deine Waldssicht etwas enthüllt? Mehr Eindringlinge! Sie versammeln sich an der Brücke Bifrost! Wo ist Loki? Er sollte diesen Eingang bewachen. Warne die anderen. Der Kampf beginnt. Einherjahr! Nun beginnt die Schlacht, für die ihr gestorben seid. Für Havi und für Asgard! Schüttel ist toll nach Jöthnerheim. Ich hoffe halt, dass wir danach hier noch weitermachen können. Also dass wir das Gebiet auf 100% abschließen können. Führe uns zum Ruhm, Havi! Das ist einfach geil gemacht. Ja, da war eigentlich früher in den Tor-Film, konnte man dann... Am Ende der Brücke gab es jetzt noch eine Kammer und da ist man halt dann in die verschiedenen Welten gereist. Ich weiß nicht, ob wie es jetzt hier ist. Ich sehe was, gar nichts mehr. Blut für Asgard! Grüß mir die Midgard-Schlange! Da war sie in die Runterfalle. Tor, führe meine Hand zum Ruhm! Das war's für heute. Eimdorsturm, ja genau, das ist der Turm. Okay. Tür schließen. Hey, Loki ist mir ja nicht sicher, ob das eigentlich ein guter oder ein böser ist. Mal schauen, ob der Boss, den haben wir ja hier gekillt, hat er noch irgendwas liegen lassen? Das ist der Loki. Loki, ja. Der hier hat sich im Schatten versteckt und vor der Schlacht gedrückt. Soll ich ihm ein paar Zähne ziehen, damit er redet? Oder ein Auge herauspflücken? Du solltest dieses Tor bewachen, Loki. Was ist geschehen? Es öffnete sich und diese Soldaten quollen hindurch. Also sand ich sofort eine Warnung aus. Und den hier habe ich gefangen, den weichbackigen Hirten. Wie lautet dein Name, Fremder? Von den meisten werde ich Baumeister genannt. Deinen Namen, nicht dein Handwerk. Falls ich einen anderen Namen habe, so erinnere ich mich nicht. Man nennt mich Baumeister, seitdem ich Dinge baue. Gehörst du zu den Riesen? Kommst du aus Jürtunheim? So ist es. Oder ich tat es. Aber ich war auf der Durchreise. Ich stamme nicht von dort, was mir gut passt. Denn ich verabscheue es. Hattest du dort eine Anstellung? Als Baumeister, ja, eine Zeit lang. Aber meine Methoden haben ihr Missfallen erregt, weil sie, sagen wir, magischer Natur sind. Harvey, wenn dir jemand ein Pferd schenkt, dann reite es. Durch diesen hier würde ich Zaumzeug anlegen. Stimmt das, Baumeister? Bist du ein geschenkter Gaul oder ein geheimer Flug? Weder noch, Api. Ich bin nur ein Werkzeug, das hofft, anständig eingesetzt zu werden. Dieses Portal bereitet uns schon seit einiger Zeit, Kummer. Ich will, dass es versiegelt wird. Mit Verlaub, dies ist nicht der einzige Zugang der Jötner nach Asgard. Dürfte ich eine umfassendere Lösung vorschlagen? Boah, das passt überhaupt gar nicht dazu, was jetzt gefragt hat. Und was willst du im Austausch für diesen Schild? Abgesehen von deiner Freiheit. Darüber muss ich nachdenken. Und zwar sehr gründlich. Es wäre schließlich keine leichte Aufgabe und ich habe einen Ruf zu verlieren. Wenn ihr zweifelt, könnte ich euch eine Kostprobe geben. Eine Kostprobe, ja. Und wenn er uns nicht beeindruckt, dann hissen wir seine Haut als Segel. Ich nehme an. Mit einer letzten Bedingung. Ich brauche dafür Wasser aus eurer Schicksalsquelle. Du weißt von unserem heiligen Brunnen? Es ist ein Ort großer Macht und lebendiger Magie. Ein quellgeistiger Kraft. Dieses Wasser wird eurem Schild seine Stärke verleihen. Ich hole das Wasser, Havi. Er darf unsere heiligen Stätten nicht betreten. Loki, warte. Ich gehe zur Quelle. Du suchst diesem Baumeister eine Lichtung für seine Vorführung. Nein, das ist kein Problem, Havi. Ich finde das Dunkle und Feuchte sehr anziehend. Du gehst mit dem Baumeister. Berichte dann in der großen Halle von unseren nächsten Schritten. Ja, der Loki. Ja, in dem Film auch schon so ein bisschen. Er wacht aus dem Traum, wenn ich zurückkehren. Ah, okay. Hier könnten wir wieder raus. Das will ich aber nicht. Wir machen jetzt hier weiter. Oder ich würde sagen, Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bleibt auf jeden Fall dran. Ist sehr, sehr cool, das Asgard hier. Ja, und dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi. Bis zum nächsten Mal.